Im Herzen von Basel befindet sich auf 800 Quadratmetern das Nun mit Bar, Lounge, Restaurant, Sushi-Bar, Garten und Dachterrasse. Seit drei Jahren bieten wir unseren Gästen ein breites Angebot aus der euroasiatischen Küche in einem modernen urbanen Ambiente. Das Nun verfügt über The Finest Lounge in Town und die schönste Terrasse über den Dächern von Basel. Die großräumige Lounge bietet Platz für 200 und die Dachterrasse für 100 Gäste. Eine Vielfalt von besten Cocktails, Weinen, Whiskys und Rums werden Ihnen in einer gemütlichen Atmosphäre von unserem kompetenten Personal serviert. Das Speiseangebot des Restaurants mit 250 plus weiteren 80 Plätzen im Garten beinhaltet ein Mix aus der euroasiatischen Küche. Marktfrische Produkte werden nach besten Rezepten kreativ zubereitet und präsentiert. Das Auge ist schliesslich mit. Die einmalige Sushi-Bar im Herzen des Nuns bietet eine Vielfalt an authentischen japanischen Klassikern wie Sushi, Sashimi und weiteren Gerichten. Dazu verwenden wir die frischesten Fische und auserlesene Spezialitäten aus dem Meer. Mit 16 zum Teil exklusiven Rotweinen im Offenausschank und weiteren Top-Weinen, die per Glas bestellt werden können, ist unsere Weinbar ein Paradies für Kenner und Geniesser. In der Selbstbedienung haben wir ein täglich wechselndes Angebot an verschiedenen Wok-Spezialitäten und sonstigen Köstlichkeiten. Im Selbstbedienungsbereich mit Frontcooking wird leicht und gesund gekocht. Ausserdem ist es preiswert und der Gast hat nur kurze Wartezeiten. Der ideale Ort für Ihren Lunch. Einmalig in der Nordwestschweiz. Veranstalten Sie im Nun Ihren Anlass der Extraklasse. Nun, the place to be.